Hallo und willkommen zu Legend of Grimrock. Es ist eine Weile her, aber diesmal geht es weiter. Wir sind hier in einem unbekannten Bereich. Wir werden, wie immer, die Bände nach Schaltern absuchen. Eine Pflanze. Ui, die haben Hunger. Hatten wir noch Essen dabei? Ui, langsam gehen mir die Vorräte aus. Ich hätte noch mehr so weißes Fleisch sammeln. Scheiße, ich habe kein Essen mehr. Das kann doch nicht sein. Ei, 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 so eine Scheiße. Ich will das teure weiße Fleisch nicht verbrauchen. Kann er nicht eine Pflanze essen? Von denen habe ich doch mehr als genug. Nein. Verdammt. Verdammt. Jetzt muss ich denen so ein ganzes Ding geben. Naja. Meine Nahrungsmittel gehen mir langsam aus. Deshalb muss ich mich mal ranhalten, um ans Ende des Dungeons zu gelangen. Eine Rauchbombe. Noch eine Pflanze. Eine Fackel. Und ich sehe, der Magier ist aufgestiegen. Deshalb werden wir mal einen Ausstieg machen. Energy plus 10. Das klingt auch voll gut. Kostet auch nur zwei Punkte. Was könnte man denn noch mit zwei Punkten? Mal kaufen. Ja, 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 ja. Protection. Ach, das reicht nicht mehr. Was könnte man denn noch steigern? Eis und Feuer und Death Defense. Komm, machen wir mal da. Zack, zack. Und dann brauchen wir das nächste Mal nur noch einen. Oh, ich habe... Ich war ja schon bei neun. Nein, acht. Ich habe nicht richtig geguckt. Auf jeden Fall habe ich jetzt Protection plus zwei. Das bringt mir vielleicht ein bisschen, um den schwachen Magier zu pushen. Hm, ist ja gar nichts. Ist ja voll scheiße. Ich dachte, jetzt bin ich endlich... ...etwas... ...weiter, aber... ...leider, ich gucke noch mal genau. Ich gucke noch mal genau. Nach irgendwelchen... ...Knöpfen. ...Knöpfen. Könnte ich da was reinlegen? Nein, bringt nichts. Leere Vieh-Ulle? Nee, bringt auch nichts. Eine Wackel? Nö, bringt auch nichts. Nein, hier ist wirklich gar nichts. Rein gar nichts. So, jetzt gehe ich wieder hoch. Oh, die Frage ist, wo komme ich raus? Oh, la, la. Ein Schild. A shiny shield that is embossed with magical symbols of the four elements. Geil. Hier weg. Das kann ich gerade wegschmeißen. Den Scheiß. Oh, und ein Schwert. Scheint wohl das gleiche wie das hier zu sein. Jupp. Oh, das probiere ich mal aus. So, jetzt bin ich wieder hier. Und weiß nicht weiter. Und weiß nicht weiter. Ja, da unten vielleicht. Geht's da runter? Oder geht's da oder geht's da hoch? Ja, da komme ich hier hin. Ja, da komme ich wahrscheinlich hier hin. Oder ich komme hier runter. Oder ich komme hier runter. Oder ich... Ah, warte mal. Ah, aha. Aha, aha. Also, hier geht's hoch. Und da geht's runter. Und da geht's runter. Und da tiefer in die Katakomben. Ja, und hier ist der nächste Abschnitt. Hier geht's noch tiefer. Eine Schriftrolle. Wahrscheinlich wird etwas passieren, wenn ich sie nehme. Deshalb werde ich erst mal abspeichern. Schriftrolle. Nichts passiert. This level is sealed. Es ist versiegelt. Wenn ich einen Diamanten opfere. Seltsam. Es ist nicht versiegelt. Es ist dann ein riesiger, leerer Platz. Sehe ich vielleicht was in der Dunkelheit? Nein. Delsam, ich geh mal eins tiefer. The Prison. Ein neues Style Set. Neue Grafiken. Kann ich hier dran drehen? Nein. Prison. Ein Schlüsselloch. Habe ich so einen grünen Schlüssel? Wahrscheinlich nicht. Ein grüner Schlüssel? Nein, nein, nein. Grüner Schlüssel? Grün. Da ist ein goldener Schlüssel. Der passt aber nicht. Verdammt. So kurz vor dem Ziel. Wie komme ich an diesen Schlüssel? Wahrscheinlich ist das der Ausgang. Und in Level 12, also in diesem hier, liegt sicher die Lösung. Leider bin ich gerade etwas... Hier ist noch eine Tür. Die kriege ich aber nicht auf. Ich muss erst das Geheimnis lüften. Da ist ein Mr. Stein. Die Tür ist auch versiegelt. War ich da schon drin? Ja, da war ich schon drin. Es wurde auf jeden Fall so aufgezeichnet. Sehr seltsam. Ich habe keinen wirklichen Anhaltspunkt. Da geht's runter. Nein, da komme ich da hin. Und wenn ich da rein plumpse, komme ich da aus. Ich muss hier irgendwie hinkommen. Da ist der Eingang. Da geht's nach unten. Da komme ich... Ich bin etwas... verwirrt. Und bin mir nicht sicher... Ob das alles... hilfreich ist, was ich hier tue. Hier auf jeden Fall komme ich nicht weiter. Und hier unten ebenso nicht. Und meine Menschen bekommen Hunger und Hunger. Ich kann das grüne Schloss nicht öffnen. Nicht mit diesem Schlüssel. Aber ich habe sonst keinen Schlüssel. Mist, verdammter. Ich werde noch mal zurückgehen. Und die Geheimnisse dieses Raumes weiter ergründen. Wo bin ich? Wo bin ich? Nein. Da komme ich nicht rein. Diese Tür ist fest verschlossen. Diese ebenfalls. Hier ist der Stein im Weg. Ich laufe im Kreis. Ich bin verwirrt. Ich öffne diese Tür. Ich gehe hindurch. Tja... Ne, da war ich schon. Ich war überall schon. Außer diesen verschlossenen Türen. Eine Rüstung. Die habe ich da hingelegt. Ja. Ich war das. Vor längerer Zeit. Durch diese Tür bin ich ebenfalls gekommen. Hier war ich ebenfalls. Hier war ich ebenfalls. Ein Papier. Oh, oh. Oh, la, la. Ich habe ausgelöst ein Farley. Zwei goldene Schlüssel. Ich habe aber nur... Einen goldenen Schlüssel. Oh, jetzt ist der auch noch weg. Scheiße. Scheiße. Ich habe meinen goldenen Schlüssel verbummelt. Ach, nö. Wo finde ich denn jetzt noch einen? Macht auf die Tür. Macht auf die Tür. Lass mich doch rein. Bitte. Bitte. Ich will doch nur in diese Tür hinein. Was steht denn hier so dran? Jnip the Shrine. Muss ich hier vielleicht noch ein Rätsel lösen? Och, ja. Komm. Hier war ich schon. Hier habe ich mir schon was abgeholt. Wahrscheinlich einen goldenen Schlüssel. Wo finde ich denn noch einen goldenen Schlüssel? Mist. Jetzt habe ich den anderen verbummelt. Was mache ich denn jetzt? Machen ich an. Tja, 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 tja. Ich drücke mal auf nein. Oh, jetzt will ich ja ganz übrigens anfangen. Ich war nie, wenn ich mich machen soll. Ich komme nie mehr weiter. Kennt ihr das, wenn ihr an einem Spiel spielt und absolut keine Ahnung habt, wie es weitergeht? Oh, wie ich das hasse. Da würde ich am liebsten meinen ganzen Rechner annehmen. Und einen hohen Bogen aus dem Fenster schmeißen. Wir brauchen noch einen goldenen Schlüssel. Nur wo finde ich einen goldenen Schlüssel? Ein goldener Schlüssel ist alles, was ich begehre. Was ich gern hätte, wäre aus Gold und hat die Form eines Schlüssel. Tja, meine lieben Freunde. Ah, warte mal, hier sind ja Fensterscheiben. Die habe ich ja noch gar nicht eingedeppert. Ach, die kann man auch gar nicht eindeppern. Ah, du herzliche Fratze, lass mich aus, gell? Eins, zwei, Schlüssellöscherl. Ich weiß ja nicht, der Wollchen muss. So, ich mache ihn hier speichern. So, mal einmal testen. Äh. Ich habe schon wieder die ganzen Zaubersprüche vergessen. Bam. So, damit ihr heute wenigstens nur mal einen Kampf mal gesehen habt. Bam. Oh, naja, das war jetzt ja nicht so aufregend. So, dann habe ich da noch mal ein Käppchen. Käppchen. Vielleicht kriege ich ja einen Schlüssel, wenn ich alle tot mache. Daneben, ah, Mist. Daneben, ah, ah. Autschen, Autschen. So, weg bist du. Na, da guckst du. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, wir machen es nächstes Mal weiter. Tschüss. Tschüss.